Wie schmeckt dir dein Honig-Crossock mit Schienen? Haben sie noch Nüsse und Schoko eingebaut? Dann habe ich diesmal nicht gefragt, ist es möglich, sondern wie ist es möglich? Und er sagt, es wird teurer, er interessiert uns nicht. Und, habt ihr Kaffee? Nee, sagt er, Kaffee ist gleich um die Ecke. Genau so habe ich mir Mendossa vorgestellt. Und mit einem Rotweinbrunnen. Mendossa, wir haben es geschafft. Super erster Eindruck, leckeres Essen, große Weinvielfalt. Und die Hammerpreise dabei, zumindest mit einem Dollar. Hübsche Mädels. Ja, denke, wird mich hier mal wieder wohlfühlen, Argentinien. Das hier ist der Hauptplatz von Mendossa. Da wird schon getanzt und gefeiert. Mara-Krishna oder was? Mara-Krishna oder was? Die brauchen mal einen neuen Text, immer dasselbe bei denen. Hare, 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 wenn es ihnen gefällt. Hare, 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 das singen sie in Medellin auch immer. Ah ja, und hier ist eine Raucherzone. Hier nicht so wie in Santiago, Rauchverbot im Park, hier ist es andersrum. Hier ist man willkommen, finde ich super. Genauso habe ich mir Mendoza vorgestellt, mit einem Rotweinbrunnen. Und das kommt da oben ja wirklich rot raus, das ist hier nicht nur irgendwie angestrahlt. Na dann Prost. Erste Mahlzeit in Argentinien, Thai Curry. Ich kann sogar noch hier mit der Kellnerin Thailänder sprechen. Inputaini Noi, ich spreche ein wenig Thai. Ich habe es mal mit Savalikarp begrüßt. Ja, und der Akulon weiß gleich zurück. Lass es dir schmecken. Danke. Mendoza, hier wohnen wir. Von außen macht es nicht viel her. Aber großer Balkon, sehr zentral. Schöne Lage. Wir fühlen uns hier recht wohl. Sicherer Stadtteil. Wobei die ganze Stadt ist eigentlich recht sicher, hatten sie gesagt. Ja, ich mache eine kleine Joggingrunde und habe mal die Kamera am Mann und zeige euch ein bisschen was. Hier haben wir jetzt erstmal Baustelle, zumal ohnehin nicht viel los ist. Sonntags morgens um 8 Uhr. Aber das gibt es nicht danach. Es gibt hier im Zentrum einen Hauptpark, der von vier kleineren Parks umzingelt ist. Und das hier ist jetzt die Straße Martin. Irgendwas Martin. Dort ist dann ja so richtig was los. Das ist dann so die Ausgehstraße mit ein paar netten Kneipen. Ich gehe mal aufnahmsweise in diese Richtung, denn da war ich noch gar nicht. Wenn also jetzt 1000 Peso 3,30 Euro sind, sind 133 Cent und 200 sind 66 Cent. Ja, 60 Cent für einen Liter Diesel. Super ist günstiger. Das sind dann 53 Cent für einen Liter Diesel. Sehr super, genau. Hier ist der große Park. Und da ist was mit einer Syrien-Fahne. Warum auch immer. Passo de Repubblica Arabe Syria. Weg der Arabischen Republik Syrien. Übrigens schön finde ich dieses Allee-Format. Das haben die hier gefühlt in allen Straßen. Es ist zwar jetzt wegen der Ruhrzeit nicht sonderlich heiß, aber selbst wenn die Sonne knallen würde, wäre das hier immer noch schön kühl. Haben sie clever gemacht. Plaza Independencia ist der Platz. Der große Park, der ist da hinten. Und das ist so der größte Park in Südamerika. Das ist jetzt ein bisschen außerhalb meiner Reichweite. Auch hier schön ruhig nichts los. Aber hier seht ihr mal ein Video von vorgestern, wo wir dann am frühen Nachmittag da waren. Goh, los. Dann wird das andere Video hier einspielen. Eine tiefsverschlafene Einkaufszone. Schmunzeln muss ich darüber. Ich kenne das Wort Pampa so als gefügeltes Wort. Eine Gegend, wo halt nichts ist. Die gibt es ja wirklich. Die ist hier ein bisschen südlich. Die Seele der Pampa. Lederartikel. Die kann man hier kaufen. Ja, was zu den Backpackern. Ach, das ist auch cool. Vielleicht mal ein halbes Auto an die Wand geschraubt. Ja, hier fühle ich mich ja gleich wie zu Hause. Berliner. Happy Hour. Zwei zum Preis von 1000. Ist ja noch weniger. Ich glaube, Bier haben sie da. Und das ist auch ein spannendes Gebäude. Sieht aus wie ein Leuchtturm. So viel Wein. So unfassbar viel Wein. In der Go Bar. Also Go-Go Bar, die ist was anderes erwartet. Weiner und Getränke. Und die andere Seite von unseren Leuchttouren. Ja, das war dann die Skängerzone. Es ist eine sehr verschlafene Stadt, darf man sagen. Jedenfalls sonntags morgens. Hier hatten wir übrigens gestern gelb gewechselt. Nicht, dass es mich wundern würde. Ich schocke hier lang, sehe eine schöne Bäckerei. Empenadas, frisch. Ja, nicht besonders günstig für hier. Aber dafür wahrscheinlich entsprechend groß. Ich gehe rein. Empenadas doch nicht heute. Es ist Sonntag. Warum ist euer Schild dann sonntags draußen? Man kennt das ja mittlerweile. Okay, sage ich. Und, habt ihr Kaffee? Nee, sagt er, Kaffee ist gleich um die Ecke. Unser erstes argentinisches Frühstück in Mendoza. Naja, also jetzt unter Rührei und Käse hat es mir anders vorgestellt. Gibt auch keine Gabel dazu. Entweder muss man hier mit dem Minilöffel oder aus Brot mit dem Messer draufsteffeln. Aber naja, wir finden es mal raus. Dieses Plätschern des Regens, das hat was Beruhigendes, haben wir gerade festgestellt. Ja, wir suchen es dann auch mal wieder Latigo-Hochkultur. Aber was wundern denn da in Dominik? Erzähl, wie schmeckt dir dein Honig-Crossock mit Schinken? Haben sie noch Nüsse und Schoko eingebaut? Ja, nett. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt haben wir uns ein Auto gemietet. Bei Alambo und noch irgendwas. Ich bin schon nervös geworden, weil uns die anderen nicht haben wollten. Wir wollen ja hier in Mendoza mieten und den Wörners Ayres zurückgeben. Da hatten schon drei Firmen ein Problem damit. Ich bin ja schon fast resigniert. Und dann habe ich diesmal nicht gefragt, ist es möglich, sondern wie ist es möglich. Und er sagt, es wird teurer. Er interessiert uns nicht. Wir zahlen jetzt 64,50 Euro, so knapp für einen Tag. Zehn Tage bis zum 2. Februar. Karre ist voll versichert. Ne, ist nicht versichert. Aber so ist ein bisschen versichert mit dem Eigenanteil. Und unbegrenzt Kilometer. Für den Preis, denke ich, geht das mal. Und jetzt geht das so durch die Höhen und Tiefen und ganz viele Weinberge in Argentinien. Ja, ich habe schon klar gemacht, ich fahre hier gar nichts. Das macht da alles schön selber. Ich mache den mutigen Beifahren, bin immer am Nörgeln. Das wird richtig gut. Mir fällt hier erstmal das Dach bei der anderen Zufahrt auf. Ja, das ist ja auch mal wieder Vertrauensentrückend, ne? Also dafür, dass genau hier Autos durchfahren und die Decke regelmäßig runterfällt. Eieieieiei. Willkommen in Südamerika. Mit Feuerlöscher, aber dem Rauchen. Und los geht's. Was macht der Motorsport-Experte? Bisher fährt er? Bisher fährt er. Ja, schon ziemlich unterwegs. So, wo war denn dein Zigarrenhub? Na, irgendwie hier links um die Ecke. Wird den 1000 Einwandstraßen mit? Ja, das ist ja dann ja so schön. Frag dich einfach durch, du. Das gewöhnen wir uns schon mal an. Nachdem haben wir auch nicht, ne? Einfach durchfragen, bist du bei der Cyrus. Das klappt bei denen sowieso immer gut. Fragst du zwei, kriegst du drei Antworten. Es werden noch Wetten angenommen, wie viele Stunden wir ohne Unfall schaffen. Gar keinem denken hier. Ja, ja. Also die ersten 90 Sekunden hat er sich tapfer geschlagen. Die machen mich schon wieder wahnsinnig mit ihrer Rechnerei. Sieben Zigarren. Sieben. Mal 375 Monopoly-Dollar. Sagen wir mal gerundet. Gerundet 400. Sind wir bei 2800. Das kriegt man im Kopf hin. Zumindest gerundet. Der hatte da Preise gehabt. Die haben sich um 10er Potenzen unterschieden. Erst war er bei 12.000. Ist so, nee, kann nicht sein. Dann war er bei irgendwas mit 200 sonst was 1.000. Ist so, kann auch nicht sein. Im Endeffekt wollte er jetzt 1520 von mir haben. 1520. Wenn sieben Stück jeweils 375 kosten. Also komm, mach einfach. Mach einfach. Das ist... Ja gut. Ansonsten wieder mal einen ganzen Laden leer gekauft. Preis ist also knapp ein Euro. Gut. Wo steht jetzt hierher der Kostor mit dem Leihwagen? Da. Das könnte er sein. Ey, die machen mich fertig. Das ist so schwer anrechnen. Wir haben jetzt gerade schon mal gelernt, dass Einbahnstraßen hier nicht beschildert sind. Das wird noch eine interessante Fahrt. Das wird noch eine interessante Fahrt. Das würde noch einmal Anti-Maps deafen. trzein Marvin 50-м. Das ist sehr schön. Oh ja, dass, das ist stuckativ ist. Das ist. Kafort mal tiefen. Vielen Dank.